Herzlich willkommen bei der Ortsfeuerwehr Bienendorf-Bohlsdorf. Mein Name ist Markus Hillegeist, ich bin hier Ortswehrleiter. Heute freuen sich die Kameraden auf die Übergabe des neuen Tanklöschfahrzeugs 3000 Staffel. Wir befinden uns jetzt in der Staffelkabine des TLF. Hier finden im Einsatzfall sechs Feuerwehrmänner und Frauen ihren Platz. Im Gerätefach 1 befindet sich unter anderem ein Stromerzeuger. Neben den 3000 Liter Wasser und den 300 Liter Schaum im integrierten Tank finden sich noch ein Nasssauger, eine Tauchpumpe und eine Kettensäge auf dem neuen Fahrzeug. Ebenfalls verlastet ist ein elektronischer Hochleistungslüfter und ein Hebekissensatz. Mit diesem Fahrzeug sind wir nun gut aufgestellt und bieten den Einwohnern der Ortsteile Bienendorf-Wohlsdorf-Kröchern einen optimalen Schutz im Brandfall. Ab jetzt ist Florian Bienendorf 23 einsatzbereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017